Wenn der kleine Oskar drei Jahre alt ist, dann soll er eine Blechtrommel bekommen. Gießen wir jetzt sofort die Trommel! Ich durchschaute alles. Und alle. Er hatte die Blechtrommel bekommen, um sein Leben nach eigenen Vorstellungen abzutrommeln. Er hatte die Macht, vielmehr einen Punkt zu machen, so zu verbleiben. Der Gnom. Der Dolmling. Der nicht aufzustockende Dreikäsehoch. Der Dreijährige, aber auch dreimal Kluge. Das ist vorbei! Das ist nie mehr! Alles kommt wieder! Schuld! Sühne! Abermanns! Schuld! Aber ich trammel nicht! Ich trammel nicht!